So meine Freunde, heute machen wir meinen allerersten Vlog. Vlog? Das wird doch mit V geschrieben. Scheiß drauf. Heute machen wir den ersten Vlog. Und es geht um das Thema Ernährung. Aber natürlich nach dem Intro. Also, euer Coach hier, Cecil. So, jetzt zeige ich euch mal, alle fragen mich mal, Cecil, was isst du denn den ganzen Tag über? Was isst du denn? Was isst du denn? Kochst du denn immer? Bist du den ganzen Tag in der Küche? Nein, ich bin nicht den ganzen Tag in der Küche. Und ich bin eigentlich recht faul, so mit meiner Ernährung. Ich muss es immer schnell haben. Schnell, schnell, schnell. Und jetzt zeige ich einfach mal, was ich so ganz schnell und faul einfach immer mal zwischendurch mache. Ich habe mir heute zum Beispiel von Lidl ganz normal unten, die haben so Salate. Da habe ich mir jetzt einfach mal Salat gekauft. Und den pimpe ich ein bisschen. Das mache ich immer so. Es geht schnell. Aber, dass ich auch genug Proteine habe. Weil irgendwie das Hühnchen, was hier dabei ist, ich will gar nicht wissen, wo das herkommt. Deswegen, da bin ich nicht so der Fan. Mais und Bohnen, Bohnen, ich weiß nicht, ich will meine Mitmenschen nicht vergaben. Deswegen esse ich keine Bohnen. Aber, ich mache ja seit längerer Zeit jetzt Low Carb und esse halt wenig Kohlenhydrate. Und deswegen fragen mich alle immer, ja, ich kann das gar nicht so hinkriegen, Low Carb und so im Alltag. Das geht gar nicht. Und ich zeige euch, dass es ganz schnell geht, weil ich mache es nicht anders. Ich mache es einfach so, ich kaufe mir so einen schnellen Salat, dann pimpe ich den aber ein bisschen, weil ich brauche ja Proteine. Und deswegen kaufe ich mir auch dann bei Lidl so einfach so Lacks. Lacks, Lacks geht immer. Und hau den miteinander drauf. Und ja, weil das ist lustig, weil ich war ja immer, hab ich ja schon mal erzählt, Profisportler, Basketballspieler, so mit zweimal am Tag Training und so. Und da denkt man so, dass Profisportler voll gut dabei sind und alles richtig perfekt machen und eine Anleitung haben, Ernährungsberatung. Aber, dem ist gar nicht so. Ich nehme mal das große Butchermesser, ne. Dem ist gar nicht so. Das schnippel ich dann klein hier. Dem ist gar nicht so. Die fressen, die meisten fressen wirklich nur Scheiße. Und ich habe selber so viel Mist gegessen früher. Immer nach jedem Training immer, ähm, nach jedem Training immer irgendwie Currywurst und Pommes und so. Okay, man hat nicht angesetzt, weil man halt jeden Tag irgendwie vier Stunden Sport gemacht hat. Aber, ganz viele Sportler nach der Karriere merken dann so, hey, äh, ich setze ja richtig an und werde richtig dick. Und deswegen, ähm, sollte man schon auf die Ernährung achten. Und seitdem ich angefangen habe mit der Ernährung, ähm, ist es auf jeden Fall, hat sich mein Körper entwickelt. Ich zeige euch übrigens jetzt, was ich mache, also das. Also ganz schnell, so schnell war es schon. Den Salat, zack, äh, hier Lachs drauf. Und eigentlich war es das schon. Ich nehme natürlich noch ein bisschen, äh, Pfeffer und Salz. Also ich bin ein Salz-Fan. Ich weiß natürlich Salz eher weniger. Und wenn ihr es perfekt machen wollt, dann esst ihr weniger Salz, weil Salz zieht Wasser aus der Muskulatur raus. Und dann sehen wir nicht mehr so, äh, definiert aus. Aber na gut, man muss auch die Kirche mal im Dorf lassen. Und deswegen, ich liebe, ich liebe Meersalz. Meersalz. Oh, Meersalz. Ja. So, ich tue da ein bisschen Meersalz drauf. Auch nicht zu viel, aber ein bisschen. Ich liebe Pfeffer. So. Ich tue ordentlich Pfeffer drauf. Und da ich natürlich Low Carb mache, sprich wenig Zucker, wenig Kohlenhydrate, müsste ich natürlich auf die Soße verzichten. Weil hier ist natürlich viel Zucker drin, aber ich will ja auch nicht noch pepstlicher als der Papst sein. Und deswegen mache ich jetzt folgendes. Ich mache ein bisschen. Komm, ein bisschen können wir. Ein bisschen können wir uns gönnen, so dass es nicht zu trocken ist. Wenn ich es jetzt noch besser gemacht hätte, hätte ich einfach nur Olivenöl draufgeknallt oder so. Aber komm, 10 Gramm Soße gönne ich mir jetzt. Dann sind da irgendwie 5 Gramm oder 4 Gramm Kohlenhydrate drin. Alles gut. Alles entspannt. Das machen wir. Das war es auch schon. Das ist mein leckerer Salat jetzt mit Lachs. Das ist geil. Ballert gut rein. Und jetzt zeige ich euch, was mega geil ist. Einen geilen Nachtisch Low Carb. Und zwar habe ich für mich jetzt Protein-Pudding entdeckt von Cytec. Das ist so geil. Und zwar, wenn man mal manchmal mal abends noch so einen Janker und hat Bock, irgendwas Süßes so zu essen. Und da fragt man sich mal, was kann man denn machen bei Low Carb? Schwierig und so. Und in diesem Protein-Pulver, in diesem Pudding-Pulver sind praktisch nur, sind auch 40 Gramm, 30 Gramm Protein, also eine richtig gute Protein-Mahlzeit und nur 1,7 Gramm Kohlenhydrate. Also mega. Und das finde ich richtig geil. Und wie man das machen kann, man nimmt 250 Milliliter Wasser. Und ich mache es immer so, dass ich nicht komplett Wasser nehme. Also ich nehme so viel Wasser und dann nehme ich... Dann nehme ich einen Tick Milch, weil wieder 1 Gramm gönne ich mir auch. Ich mache jeden Tag Sport. Können wir mal 1 Gramm Kohlenhydrate hier kommen. Zack. Ein bisschen Milch rein, damit es so ein bisschen dickflüssiger ist. So, das war es eigentlich. Hier. Zack. Rein. Und dann hier. Immer diese Löffel. Immer diese Löffel. Hier, das ist echt eine Katastrophe. So. Ein Löffel. Reinballern. Ne. Und dann einmal hier gleich Bizeps-Training. Deckel drauf. Einmal den hier. So. Und das war es auch schon. Das ist alles. Och geil. Da ist immer ein bisschen... Muss man ein bisschen... Okay. So. Und ich habe auch keinen Bock mehr, das umzufüllen. Könnte ich natürlich auch machen. Aber ich mache das immer direkt aus dem... Geil. Aus dem Becher raus. Ist mega geil. Ihr müsst das unbedingt probieren. Ich schicke mal den Link. Mache ich in die Infobox. Also Link in die Infobox für Protein und so. Schneller Salat. Einfach mal heute schnell einen Vlog rausgehauen. Und ja. So sieht das aus. Viel Spaß dabei. Und natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Gerne. Unten hier einmal abonnieren. Snapchat. Instagram. Facebook. Folgt mir. Dann haue ich weitere Videos raus. Und sagt mir gerne, was ihr sehen wollt. Dann gibt es Videos dazu. Alles klar. Euer Coach... Ach ne. Heute steht es hier gar nicht. Euer Coach. Tschüssi.